Liebe Drems from Bivalent Freunde, ich Leila habe heute das Vergnügen allen unseren Freunden und Bekannten für die vielen guten Wünsche zu danken. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und mir bleibt allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011 zu wünschen. Die frohe Botschaft, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit im Februar 2011 Babys erwarte, habe ich euch ja schon mitgeteilt. So nun bleibt alle gesund, kommt gut ins neue Jahr und schaut mal wieder auf unsere Homepage vorbei, ich würde mich freuen. Tschüss eure Leila Gutiial 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 Untertitelung des ZDF, 2020